ja hallo und herzlich willkommen zu voiceover cars und auch wenn ihr mich nicht seht ich bin in new york auf der naya 2018 und habe mich heute mal umgeschaut was audi denn da neues für euch bietet der audi rs5 sportback feiert aktuell auf der new york international autoshow zunächst als version für den us-amerikanischen und kanadischen markt seine weltpremiere er soll ein emotionales design und eine hohe alltagstauglichkeit mit überlegenen fahrleistungen vereinen was wir sehen es ein gestreckter radstand kurze überhänge eine lange motorhaube und kraftvolle schultern die radhäuser wurden um 15 millimeter verbreitert an der front gibt es einen großen kühlergrill die rs typische wabenstruktur und den quattro schriftzug der schon verrät dass die kraft über alle vier räder auf die straße geht serienmäßig fährt der rs5 sportback auf 19 zoll räder 20 zöller stehen als option zur wahl kommen wir also zum herzstück der 2,9 tfsi v6 beat turbo motor dieser leistet 331 kw was umgerechnet 450 ps sind sein maximales drehwänden von 600 newtonmeter liegt in einem breiten drehzahlband von 1900 bis 5000 umdrehungen in der minute an da kann man schon von einem drehzahl plateau sprechen der audi rs5 sportback beschleunigt in 3,9 sekunden von 0 auf 100 kmh und könnte optional bis zu 280 kmh schnell sein nicht schlecht für ein fahrzeug welches leer 1,84 tonnen auf die waage bringt oder die gangwechsel übernimmt eine achtstufen tiptronic welche in sachen schaltzeiten optimiert wurde im verhältnis 40 zu 60 wird die kraft auf die straße gebracht was zu einem dynamischen handling führen soll das optionale sportdifferential verschiebt die momente gezielt zwischen den hinterrädern mit dem serienmäßigen rs sportfahrwerk liegt der rs5 sportback sieben millimeter tiefer als der audi s5 sportback alternativ offeriert audi sport das rs sportfahrwerk plus mit dynamic ride control das ist drc die keramikbremse und die dynamiklenkung mit rs spezifischer abstimmung der durchaus hochwertig und funktional ausgestattete innenraum des neuen audi rs5 sportback ist ganz in schwarz gehalten und bietet platz für fünf personen der 480 liter fassende gepäckraum wird wenn man die rückschläden umlegt zum raumwunder 1300 liter stehen dann zur verfügung für den rs5 sportback gibt es sonoma grün metallic als exklusive lackierung und nun kommt das traurige der audi rs5 sportback kommt in der zweiten jahreshälfte 2018 zunächst in den usa und in kanada zu den händlern das modell wird in deutschland und der eu derzeit noch nicht zum verkauf angeboten ja schade ist gar nicht für uns ist erstmal für den nordamerikanischen markt ich hoffe aber dass auch der rs5 sportback auf unseren markt kommen wird denn darf es ein bisschen mehr leistung sein meiner meinung nach ja gut das war's für voiceover cast das nächste video kommt garantiert deswegen abonnieren like da lassen die glocke nicht vergessen bis zum nächsten video euer jens ja ja ja